So, Schiffswrack, Schiffswrack, Schiffswrack. So, und damit holen wir uns das erste Mal in Schiffswrack. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. So. Hinab in die Tiefe. Das ist so ein bisschen Bioshock-mäßig, ne? So. Los geht's. Hm, okay. Ähm. Ah, okay, jetzt haben wir hier eine Luftanzeige. Sehr schön. Und können jetzt hier die ganzen... ...die ganzen Thronen plündern. Äh, halt. Wo? Da ist eine Kiste. Hey, geil, jetzt können wir auch die ganzen Kisten mitnehmen. Plündern. Nein, wieder nach unten. Komm, nach unten, nach unten, nach unten. Alter, das ist schon ein bisschen schwer. Plündern. Ah, Upgrades auf Hübka. Fünf Upgrades sind derzeit in der... Alter, was ist das? Schatzkisten plündern. Eins von drei. Optionale Missionsziele sind das nur. Naja, äh, was brauchen wir denn? Ach, m... Da ist irgendwas Tolles. Luftfässer. Nutzen Sie die, so um Luftzuholen. Ach, geil. Okay, gut. Damit können wir also Luft holen. Armzug nach oben. Komm nach oben. So, wo ist denn... Wo ist... Ah, scheiße. Hö. Ach, Quallen machen Schaden. Okay, krass. Dieses Spiel ist einfach so krass komplex. Ich liebe es. Einfach so feine Sachen mit einzubauen, das ist einfach geil. So, guck mal mal. Was haben wir? Die Kiste ist da irgendwo, aber vermutlich auf der anderen Seite. Nein, Quallen. Schon wieder Quallen. Nein, keine... Ich mag keine Quallen. Ich hasse Quallen. Ich hasse Quallen. Ich hasse Quallen. Oh. Plündern. Ja, fragt der Santiago. Zwei von sechs Drohnen. Scheiße. Jetzt sind da wieder Quallen. Nein. Oh, voll durch. Naja. Ähm, okay. Was genau sollten wir uns jetzt eigentlich bedurken? Wo ist denn hier das Animus... Animus-Fragment, Animus-Fragment. Da ist ein Animus-Fragment. Sehr schön. So. Fragment. Was ist das? Balken um sich abstoßen. Ach. Es wird langsam eng. Halt, halt, halt. Scheiße, scheiße, scheiße. Luftfühl knapp, Luftfühl knapp, Luftfühl knapp. Nein. 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 Tagion. Okay, die Medizin finden. Das ist unser Ziel. Wir holen erstmal natürlich alle Truhen. Wie sieht das natürlich gehört? Ähm. Und kümmern uns dann letztlich um die Medizin. Hier irgendwo muss die sein, die Truhe. Ähm. Wo ist die denn? Ach, vermutlich da auch unten. Okay. Dann führt uns unser Weg vermutlich sowieso hier nach, äh... Luke. Luke, Luke, Luke. Luke, Luke, Luke. Luke, Luke. Tagion. So. Öffne sie. Öffne sie. Das wäre jetzt natürlich eng, weil wir müssen hier auch wieder rauskommen. So. Weg mit den Balken. Oh, 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 oh. 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 Oh, einen Weg nach draußen finden. Na, supergeil. Oh, oh, oh. Ich hasse finstere, dunkle Wege. Hm. Hier gibt es einen Strom. Oh. Okay, weiter geht es, weiter geht es. Ach, du Schöne. Ja, da müssen wir aber gleich auf jeden Fall nochmal runter, die ganzen Kisten mitnehmen, wenn das irgendwie geht. Weil, da können wir ja auch solche Pläne und sowas finden, ne? Oh. Nein, 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 nein. Ich sehe gar nichts mehr, Alter. Was ist verdammt nochmal los? Au. Hey, lass mich durch. Lass mich rein, die... Oh, Mensch, scheiße. Alter, ich sehe nichts. Was ist da? Ah, scheiße. Jetzt muss ich hier lang, ne? So, hier rum. Dann hier wieder hin. Okay, okay, okay. Oh, hi. Hi. Nein. 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 Scheiße. Okay, ich darf nicht nach oben schwimmen. Ich muss zur Tauchkugel. Na, super. Äh, nicht Tauchkugel. Tauchglocke. Scheiße. Okay. Okay. Blackbeard's Tauchkugel. Ich dachte, wir haben die... Ich dachte, wir haben eine eigene. Okay. Ach, du Scheiße. Haie, Alter. Ach, du Scheiße. Los geht's. Nein, 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 nein! Oh! Jetzt gleich wieder umdreht. Jetzt! Los! Edward! Gib Gas, gib Gas! Nein! Oh, Alter! Ich kriege gleich einen Herz, Kaspar. Boah! Alter, fuck! Phuc! Scheiße, sind die Dinger schnell Das sind noch mehr und ich hab keine Luft mehr Scheiße, Scheiß drauf Schwimm 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 Vielleicht krieg ich wieder ein Herzgasperl Ich weiß es ganz genau Jetzt krieg ich ein Herzgasperl Komm schon In Bord Schwimm Interagieren Oh, fuck Scheiße, Alter Boah Oh Okay Na dann Gibt einer Beute etwas zu fürchten Etwas Höllisches Aus einem Fiebertraum Dann fallen Männer auf die Knie Und winseln ihren Gott um Gnade an Oh Gott Sieht gut aus Ja okay Gut, wenn das klappt Und die Medizin zu kommen Sag es schnell Ansonsten Kümmere ich mich darum Schatz 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 Wir haben beides natürlich nicht geschafft Toll Aber die Mission fand ich Ähm Wie ging das noch gleich? Ach genau Steuerung Super geil Gefiel mir super Ich fand nur die Hai ein bisschen sehr krass Aber sie war super geil Super super mega geil So Fortsetzen Weiter geht es Blackbeard ist nun endlich Blackbeard So Hey Da vorne ist ja ein Schiffswrack Zieh mal einer an Ein Schiffswrack So Ich habe gerade sehr gefallen Einen Schiffswrack Schiffswracks gefunden Und will da unten erstmal alle meine Alle die Truhen holen Weil ich wissen will Ähm Wo es diese ganzen Schönen Dingsbums gibt Wie heißt es Äh Gedönse Baupläne und so Für die ganzen Sachen Die man sich holen kann Okay Sind hier überall Haie Was los? Was los? Was? Was? Der tötet mich Er will mich töten Scheiße Oh oh Lass mich da rein Was tust du? Lass mich rein 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 Okay Quallen Haie sehe ich irgendwie gerade keine Doch da sind auch Haie Ich sehe aber den Haie gar nicht Wo ist der Haie? Wo ist der Haie? Sehe ich nicht Immer noch nicht Naja komisch Plündern Plünder Schnell Oha 1000 Rei Na das rentiert sich Luftfass Luftfass Schnell Schwimm Nein Schwimm runter Edward Nein Entagieren Gar nicht schön Gar nicht schön Gar nicht schön Schwimm Bitte Edward Puh Okay Alter Warte gerade Wo ist denn die Haie denn? Da hinten sehe ich welche Und über mir sehe ich auch einen Scheiße Schwimm 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 Okay gut Das haben wir soweit geschafft Plündern Saffir Saffir Okay, 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 nein, 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 schützt mal, schützt mal, schützt mal, schnell zum Animus-Fragment, das ist nur schnell zur Truhe. Truhe, plündern, schnell, scheiße, ich habe gleich keine Luft mehr, ein Plan, ja, endlich, schwimm, Edward, Edward, schwimm, bitte, bitte schwimm, schwimm einfach nur, schwimm, schwimm, scheiß auf Haie, schwimm, schwimm, du brauchst Luft, Edward, du brauchst Luft. Schwimm, 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 schneller, oh nein, die da werden, oh, alter, 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 okay, los geht's, weiter geht's. Dieses Mal holen wir uns die Truhe hier noch, die hier, und die hier, sehr schön, plündern. Wrack des Santiago, Truhen und Animus-Fragment, alle geholt, geil, so, das war's dann für die, äh, für diese, für dieses Wrack, ja, Wracks, die machen mir Spaß, die machen mir richtig Spaß, vor allem, weil ich da war. Boah, das ist heil, heil, alter, das ist krass. So, ab zum Schiff, zurück. So. Aber ultra, ultra, mega geil gemacht. So, ach, dann sehen wir die auch, ah, dann werden die markiert, wenn wir die schon haben. Was ist da vorne? Inseln, ne, das ist nichts Besonderes. Gut. Äh, ich wollte doch das vormachen, wo ist denn das vor? Warte mal, wegzoomen. Einmal gucken. Geldgewinn gering, Truhe gering, Feinschiff, bla, Feinschiff, Feinschiff, Feinschiff. Wo ist überhaupt unser, Missionsziel ist hier, Hauptmission des Teufels, Advokat. Wir holen uns jetzt hier, das, vor. Danach segeln wir, äh, reisen wir schnell nach hier, oder geht das auch nach da? Ja, nach da, und dann können wir von dort aus da hinfahren. So, perfekt. Route geplant, auf geht's.